hallo leute und herzlich willkommen zu einem let's play together mit mir und dem samuel ja wir spielen passend zu unserem let's play zum bräder multiplayer ja ich glaubte samuel stellt sich einfach mal kurz schnell vor dann wisst ihr ob er ist ja samuel nimmt selber nicht wirklich auf hatte mal ich stream ihr und habt ihr schon gefühlt im jahr nicht mehr spielt ja gut ich spiel es eigentlich regelmäßig also jetzt seit dem let's play aber okay ich hoffe es klappt jetzt im internet ist der stimme verkauft hast du ein spiel erstellt wie viele kills egal als so genau kann man zu stellen bei der zeitlimitsrunden und ansiedelt okay ich glaube ich habe immer es nur so ein speed erstellt deswegen was auch nicht warum okay ich finde ja ich sollte auch mal aufschiffen abdrücken so ich nehme an die 16 ja habt ein bisschen gespielt zeitlimits die minuten anzahl der runden drei anzeige 20 ok so und starten ja alles mehr ja ich was sagen ich gucke mal kurz weil ich habe ein paar charaktere letztes freigestellt da ich glaube ich bin ja es sollte passen und wir starten also ich bin bereit ich habe es mal bei mir nicht rumgefunden schon mal so gelassen wie ich hatte ja ich habe eigentlich nur den charakter gewechselt und ansonsten habe ich noch halt ein bisschen gelevelt ein paar waffen freigeschalten kurve wirst du gleich sehen ich habe nämlich letztens habe ich alle tun mit der teile auf einmal gekauft so für zehn euro gefühlt ja ich glaube zehn euro gefühlt da habe ich auch weiß dass du mir für 35 euro da war so steams der alter mega geil und da war halt einfach mehrere dlcs von dem spiel dabei habe ich echt mega gefeiert und ich habe dem alle herren waffen ja ja ich habe ja auch alle dlcs von dem spiel ja okay ich habe einfach nur nicht die die einzigsten warte kurz ich wusste kurz mit der maus klar kommt wegen den shot cuts ok das ist text das ist nachladen das ist schleichen ich habe eigentlich wann war das alle dlcs aus wiesen ist diese zwei für die story mode die helfen soll soll ich habe mich selber gekillt ich glaube der wollte ich leider nicht dieses seil nicht tragen ja okay egal ist zur tode gestürzt ja so ich kann mir schon mal kommen klar ja ich muss auch ein bisschen reinkommen weil die steuerung ist ein bisschen anders in online man hat ja andere sprinten anderes ding ist muss immer die map ist ja viel zu groß für uns zu sagen ja irgendwie schon was passiert ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung du bist in der falle von mir gestorben ich falle der hat ist diese elektrische elektrofalle Alter, das ist schon fies mit dieser Dropbombe da, dass wenn du stirbst, du legst sofort eine Bombe hin und wenn ich zu nahe komme, ich hacke mich einfach automatisch in die Luft, das schreckt echt einen. Du bist noch da? Ja, ich bin nur zugehört. Ja, wegen dem Rauschen, das irritiert manchmal ganz schön. Man ist dieses Rauschen gewöhnt bei normalen und dann spielt man und dann hat man es halt noch einmal nicht mehr. Ich kann mir den Map nicht klaren. Ja, ich eigentlich auch nicht, aber... Krass, bin ich irgendwo hingekommen, wo ich bisher noch nie auf dieser Map war. Und das ist eigentlich eine recht kleine Map eigentlich. Also so groß ist die jetzt auch nicht. Wo bist du? Ich habe nicht schon wieder die ganzen Map umbunden, empfehle ich mich nicht. Ja, toll. Der war noch die Reservition bei der Steuerung. Ich finde dich nicht und eigentlich habe ich alles gut im Blick. Ernsthaft? Geht's, Ableiter? Ja, immer doch. Hast du gerade geschossen? Nein. Ich glaube, das war ein Glied. Ich habe aber geschossen. Oh, und ich wurde beinahe von Piss getroffen. Wow, fuck. Wer bist du da? Hey, du bestehst ja da drauf. Ähm, das war ein Mal. Wirklich, wirklich, du wirklich. Alter, war das knapp. Nein. Ach, komm schon. Ähm, na, ich check nicht mal was. Du hast mich gerade gekillt. Äh, das wollte ich nicht. Du wolltest mich nicht killen. Nee, ich hatte irgendwie anfangs... Hey, ich komm jetzt. Ich finde die Kamera ist doch wirklich... Ah, du Mist, du musst dich wirklich so verstecken, gell? Ey, wieso muss ich mich jetzt verstecken? Nein. Du bist gerade in Deckung gegangen, wo ich dich eigentlich erschießen wollte. Ah, Mist. Ich bin auf die Eins gekommen. Äh, auf die Zwei meine ich. Ja, ich hab jetzt... Über das W ist doch die Zwei und die Drei und ich bin auf die Zwei gekommen. Ja? Ja, und deswegen hab ich die Waffe gewechselt, ansonsten wärst du jetzt schon tot. Alles klar. Stell mir halt doch ne Falle. Warte. Ich bin's einfach so mega, dass man die Falle einfach immer weiter verwenden kann. Digga. Du hast'n? Fähr dich herum, schieß' gut, alter. Ja, ich deaktive gerade alle deine Fallen. Und ich bin in meiner eigenen Falle quasi klein gesagt, oder? Du hast den Zweiter aufgestellt. Der Scheiß, den Verarschen. Schieß' auf mich? Nö, ich muss mich befreien. Naja, das war jetzt gar nicht lieber... Kann ich mal aufbauen. Wow, geil. 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 Ah, komm schon. Lass mich doch wenigstens die Minigun aufheben. Hey, was? Da war ne Minigun. Da müsste es nie noch sein. Und warum hab' ich's erzählt? Joa, ich bin so ein Deck. Ich hab' mich selber fast gequillt. Ja, hab's gemerkt. Ich will die Mini gern unbedingt mal haben. Ich hab' die, glaub' ich, noch nie in der Hand gehabt, das so. Wo waren die da oben? Nein! Fahrstuhl! Lass mich nicht entschie- Oh, das ist auch gut. Wo bist du? Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Würdest du mal bitte ganz nach... Äh... ...vorne gehen? Ah! Nein! Nein! Äh... Ah, so. Okay, wo bist du? Bist runtergesprungen? Nee, bisschen nicht. Wie ist die Mausgeschwindigkeit so schnell? Ich check's nicht. Du kannst... Dann stell die Empfindlichkeit aus. Äh, runter, nicht aus. Das ledigt der Engliff. Äh... Entschuldigung, ich hab' keine Ahnung, wie lange ich jetzt schwimmen will. Ja. Warte, hast du mich grad gesch- getroffen, oder war ich selber? Ich war dein Blitz-Ableiter. Oh. Scheißdreck, was für eine Ironie. Vom eigenen Blitz-Ableiter... Ach, Leiter geht... Äh, ne, man kann nicht vom eigenen Blitz-Ableiter getroffen werden, oder? Ich weiß, war ja auch deiner. Ich hätt's so gern die MG... Ah, schade, die ist mir da. Wow, wow, von wo ballerst du? Da ballerst du, hä? Ey, ich bin so schli- 4 zu 2, alles klar. Okay. Ja. Boah, heiluja. Du hast auch irgendwie ein Minus oder sowas? So, Rache... Oh Gott, ich hab' ausgesinnt nicht die... Soll, mit der wollte ich eigentlich gar nichts. Wow. Was hat das denn jetzt? Wo bist du? Fuck. Da bist du. Äh, ne. Äh. Shotcut. Hallo. Jetzt. Und wo bist du? Ja... Du bist'n Arsch! Alter, ich weiß nicht, was grad' los ist. Entweder bin ich... Kann ich grad' einfach nicht spielen, oder... Ich bin tatsächlich so schlecht. Hallo, eins von beiden. oder oder ich habe natürlich keine schuld das ist meine peripherie wie immer meine maus ist schuld kann man nicht auch noch das ding wechseln ja erst wenn die runde vorbei ist was die drei runden eingestellt die nächste runde bin ich dann ja genau du stellst mir so eine falle nee das war ich selber fertig aber ein was auch fies ist in diese stachel falle einfach in die eigene stachel falle zu treffen ende der schau ja die erste runde ist ende wie lange war das jetzt eigentlich zehn minuten okay ich mach das mal richtig weil damit ich sehen kann wie lange ich jetzt aufnehmen ja okay ich habe diese runde hast du definitiv gewonnen im jahr ja okay die nächste runde dafür nicht habe ich das nicht vollgestellt oder was kann ich jetzt einfach so um ende nur nicht nur muss ich warten wir müssen leider für die vier sekunden warten dann ist dann ja team wechsel glaube ich ich finde die kamera position so komisch ist aber rechts neben dem charakter ich glaube ja stimmt ich hatte alles das sieht irgendwie voll geil aus ist er mit ihrer jacke und dann wäre es einfach das hier drin gewehr schade so stimmt die map muss auch mal immer wieder ein bisschen klarkommen wo ich bin beinahe wieder in meine eigene falle getappt was war das denn wie kriegst du so viele hits und ich einfach mal so eine verzögerung ich blick das nicht bei mir fühlt sich so an als hätte ich so eine mega starke verzögerung klar nee also mit verzögerung meine ich meine waffe also die bewegung an sich sind eigentlich ganz flüssig du bist auch ganz flüssig wenn ich also jetzt im spiel aber ich glaube ich habe einfach eine lange ja ich habe eine langsame ich habe bei beiden die langsame waffe jetzt check ich es ja okay das geht viel schneller fick dich dich kleiner wichser alter ja am ende kommst du sowas von von hier oben bei mir das wird sowas von unten ja wo bist du kleiner du hast dich versteckt ich war auf der ganz anderen seite von der map und trotzdem hast du mich teilweise getroffen nein nein oh gott das war knapp das war echt knapp ach komm schon ich brauch die ganzen das bergungsgut alter wo bist du ich suchte dich gerade warte mal wirst du wirklich warum du siehst mich ach du weh wo bist du alter scheiße ich kriege ich auch nicht mit dem instinkt du bist hier irgendwo von hinter mir nein von da oben Alter das ist so gemein den instinkt alter das ist das ist das ich renne durch die ganzen map hinterher das ist fies das ist einfach wo da wo gerade stand ist aus der da stand ich vorhin das heißt wir laufen alle im kreis gegen gesetzt irgendwie alter das ist aber schon irgendwie manchmal übelst fies ich finde das klettern einfach abartig schnell ich finde es jetzt nicht schlecht sondern eher gut aber trotzdem im vergleich zur story ist es einfach übelst abartig ich finde dich schon alter ich finde ich ja sam dann fall halt auf wenn ich sage spring dann springst du nicht aber wenn ich sage fallen dann springst du ja man jetzt bin ich diese nicht diese scheiß mini gar nicht mehr du hast für die seilwinde diesen schnelleren lauf da du hast für die okay wo bist du Sarki ja achso da bist du nein 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 oh man dieses mädchen voll nicht ab aus der entfernung ist es so leggy der charakter aus der entfernung du Arsch ich habe extra gewartet dass es ausgeht und dann ballerst du wieder drauf extra mit der pistol war die weniger aber na super oh gott in der nächsten runde alter ich muss andere waffen wählen das maschinengewehr ist einfach zu langsam und besonders auf die distanz das ist ja mehr ein das ist ja mehr ein alter wo ist los ich habe irgendwas explosieren gehört also das war ich nicht aber das war ich weil ich wieder in deine falle geklappt bin ja ich glaube ich bin in deine todesfalle gefühlt und lebensrede generation hallo ich weiß nicht schieb alter ach 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 mal ach ach es reicht du hast jetzt nur ein kind bekommen durch deine fallen was ja ich schon aber ich weiß auch nicht aber ich verkack gerade von den zielen in der story ist es nicht so also wenn ich jetzt aufnehmen das ist eigentlich ganz normal eigentlich ich weiß nicht kann aber auch daran legen dass ich aber so mega Hunger habe und ich einfach so unkonzentriert das spiele ich weiß auch nicht wie gesagt ach doch weiter versucht wo bist du weißt du es nicht ich hab dich gerade aus dem auge verloren aus den auge verloren nein nein in die eigene falle wie kann es sein alter was ist das bilden scheiß ja trifft mich von der seite trefft mich von der seite alle 22 minuten warte mal bevor es weiter geht ich mach kurz also ich verabschiede mich ganz kurz also tschüss und bis zur nächsten folge von rise of tomb raider online ich nehm gleich einfach die zweite folge auf macht grad übelst fun also tschüss tschüss tschüss